hallo leute und willkommen zu einer neuen runde league of legends nach einer million jahren spüren wir wieder dementsprechend gut werden wir sein also spielen kann man das nicht glaube ich das gab ihm schon wilde diskuss auf höchstem niveau ja wilde diskussion wer wohin geht ich bin gespannt was jetzt gleich passiert ich und wir versuchen oben zu gehen wir gehen einfach los aber aus ich mach mal ein kram denn ich weiß gar nicht kaufen ich bin ramos erst fit ich habe schon immer gespielte items ich kaufe was er mir vorgibt dass es mir verliebe ist um wollen wir kaufen 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 schild glaube ich kauf immer mann ich bin schneller auf geht's facebook 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 ist blau ich spiel nicht im team mit euch ja wenn der es will ich kenne mich doch nicht mehr aus ich weiß nicht was er will steigt gut wenn wir da hingehen wollen dann machen wir das doch machen wir das ja machen wir das ja na gut machen wir das i have no idea jetzt was sollen die denn da wollen wir den den wagen ich kann ich kann ja hier wo sollen wir nach unten gehen wir nach unten okay jetzt oder was ja doch nicht hier lang das ist doch scheiße oh man ey das war gesehen von einem sind die denn alle das hier dieser fast menschen schon meiner mitte das ist gut ich hasse den erfassen ich kann mich hin ich kann nichts mehr also das ist ein reines da wird man kein loll ist gleich ich gehe direkt in die mitte durch gucken ob das wäre herz aller liebst kommt schon ob da ist nichts oder ist jemand weiß ich nicht weiß gerade mal noch so wer ich bin das reicht ja auch erst mal ja eben oh der kaiser der alte schlapp oh nein aua ich weiß auch nur noch nicht mehr so ganz wie man den überhaupt spielt und sowieso habe ich auch schon mal mit rammus schon mal aufgenommen ich glaube nicht oder da war die mags sicher aufgenommen auch meine ja wie ist es nett glaube ich nicht mache ich doch nicht du brauchst das gold ja und nicht ich äh 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 eingerollte abweich haltung spott spott brauche ich zack aua ich drehe mich im kreis besser ist das super mordekaiser kennt er ja erinnert mich sogar noch und das andere ist der anderen ist er nicht keine ahnung alles weg oder ja nicht alles weg aber so ist vom einschätzen her keine ahnung die 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 aber ich werde immer angegriffen können die nicht nur angreifen wir sollten erst mal was denn? defensiv? ja, das auch, ja und gold gold habe ich sogar noch nicht so viel kohle 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 wie viele baue ich für die schuhe ich brauche genau 920 geld wo hast du deine schuhe gemacht? wo hast du eine schnecke? ist das eine schnecke? das ist natürlich, klar ist das irgendwie, ja, mit einem Arm oder was? ja, was soll denn das sonst sein? das ist eine schnecke, das weiß ich nicht schildkröte? nee, nee, nee das ist eine schnecke, die kann sich auch so einrollen und alles, natürlich ist das eine schnecke ja, irgendwie so aus einer Art, oder so ein, so ein, so ein, äh, wie heißt denn die Klinge noch, oh, egal, ich weiß es nicht mehr das ist SS, ne, der Typ, richtig oha, das weißt du noch, das ist, dass man das so ja sicher, SS fängt jetzt nicht das sieht man ja auch, was die alles so kaufen ja, das hatten wir ja immer noch gespielt, irgendwann vor einem Monat, da war das ja auch schon, dass jetzt hier so Neuerung ach, ey, was kommt denn aus dem Spiel raus, das wusste ich nicht das ist mir auch neu das ist mir auch neu das ist mir auch neu das hätten wir eigentlich mal auf ihn losgehen können oh, der Morde der Morde-Käune der alte Siebelzahn-Tiger rufen auf? ja komm, weg, weg, weg naja, wenigstens ein bisschen Schaden gemacht, das ist doch schon mal gut ja richtig ja ich hätte auch mal Entzünden gehabt, nur das Erschöpfen und sowieso aber nein auf ihn rauf da, oder gleich? er ist ja nah am Turm, ne? ja, auf jeden Fall sehr nah coole 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 nein, das tust du, er ist kurz am warten, ja denn, wenn ich... auch nicht lang oh nein, du bist tot oh nein sterb nicht natürlich stirbst du vielleicht kommt er aus der Mitte oder so ein Blödsinn ja, ich hoffe schon, ja schau ich das, 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 schau ich ja, ich denke schon sehr gut ey, was macht er denn? naja, ich glaube, wir können da nicht so viel für na, wer denn sonst? das Internet? vielleicht spielt er im 3G 3G Netz naja, ist möglich auf seinem iPhone? ja, auf seinem iPhone, ja, das wäre noch besser hat er Windows, äh emuliert, sag ich mal gibt's das nicht auch für Mac? von Linux? ne, Linux wahrscheinlich nicht weißt du nicht? oh, der Idiot ist wieder da aaaaaaah er ist Level 3 das ist, äh naja, ich bin auch hier so viel coole 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 aber ich muss ja auch auffahren wenn ich ein Vollidiot bin naaaain wo würde ich das nicht sagen reicht das? aaaaaaah neiiiin hätte ich mal... naja, ich hätte nichts machen können schade meine Zünder auch nicht mehr gereicht, ne? schade, schade, schade gut auf, du stirbst sonst aaaah Level 4 na gut, ich bin Level 5 ich geh mal kurz zurück was ist das? oh, ich wollte gerade rein, ne? ja, der Idiot ist ja, der Idiot ist ähh pfff, ich weiß gar nicht was die Stiefel ich mir nicht kaufe ich glaube die Geschwindigkeitsdinger machen die Sinn? machen die Sinn? was gibt's denn eigentlich noch hier? Rüstung 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 macht ja meistens würde ich sagen ja, die nämlich sind die Neu? diese Ninja-Dinger da? ja richtig sind die Neu? nein, mit Perot gewaschen oh Gott ich hör nichts mehr, ich glaub ich hab mein Headset gerade leise gestellt coole 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 ja, hab ich hallo? wir sehen mal aufs Morde ja ich war schon Level 6 oder? nee, lass mal die Morde weg da ja du hast mich auf Level 6 jetzt hab ich meine Ulti wo kommt er denn her? wo? der Warwick da war das Warwick? ja was macht der denn? ich weiß es nicht oh, jetzt ist sein Leichennamen äh geschändet worden und seine Liede wohl geklaut oh mein gawd ich hab gar nicht gemerkt dass er hier zu uns wollte oder wenn? ja, fickt euch ah sorry war das nicht gemein? was? ne, ich hab mein böses Schiffort gesagt ähm und wir müssen jetzt nochmal zurückgehen und wir müssen mal diese scheiß Stiefel kaufen aber dann tu das doch obwohl ich glaube jetzt ist es nicht doof oder? ja das wäre doof aber wenn du stirbst auch doof deswegen geh lieber weg passt schon gut bin ich eigentlich von sich für euch was ist gar nicht ja, müsste ich eigentlich vorsichtig so was kau ich mir dann als nächstes Ciuj kau ich mir dazu warwig fast will warwig dann schon wieder ja gut ja das hat schon wieder selberphem di listened oder? wen will er denn? ja wenn ich da bin vielleicht aber so macht das jetzt du kannst du dir den ja stun und der geht dann rauf oder was ist denn los? ah fck puhk Das ist krass. 2. Ulti, ne? Okay, das schafft ihr doch, oder? Nooo! Weg da, weg da! Oh Mann, du bist so ein Volli! Super. So ein guter Spieler! Ja, aber elf stirbt doch auch jetzt. Silp macht doch gar nichts. Ja, okay. Dann machen wir jetzt den Turmplan. Ach zu. Haha, doch nicht. Zack, ich wollte auch mal zuschlagen. Das war's mir wert! Was? Das hat mich den Schaden wiederbekommen, mein, 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 mein. Der Typ, glaube ich. Ich glaube, ich lebens noch. Na, Ziel. Jo, Mann, wie ist es nicht. Hab ich eben nicht auch schon Entzünden gehabt und alles? Weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht hab ich nicht mein volles Potential genutzt, aber... Ich muss da jetzt wieder reinkommen hier. Genau, was? Wollen wir auf ihn auf? Also... Der ist... Oh, weg. Du hast ja fast keinen Wanner, ne? Richtig. Jetzt wo du es sagst, ich auch kurz ab. Was solltest du? Ja, ja, geh zum Turm zumindest. Im Turm! Ich dachte schon, er kommt gleich wieder rein in den Busch. Ein Gegner wurde getötet. Was machen die eigentlich für den Schaden? Kann man da schon... äh... Kann man da schon sehen? Schauen wir mal... Der hat... Angross Schaden, ist das glaube ich, oder? Angross Schaden... Der macht gar nichts... Gar nichts... Gar nichts... Gar nichts... Und Fähigkeit Stärke. Toll. Also wir haben einen Angross Schaden, einen Fähigkeit Stärke. Die anderen kann ich noch nicht einschätzen, denn ich kenne die Fähigkeiten alle nicht mehr. Oh... Stammt! Stamm, lass auf ihn rauf. Morde! Alles rauf! Gibt es nicht, überliebt er wieder, ne? Ne, sehr gut. Zauber! Oh, er ist raufgeknallt! Ja! Ich aber auch. Scheiß egal. So, jetzt. Nein, hallo! Wieso, ich hab ihn doch gar nicht angegriffen! Der hat dich doch angegriffen, oder? Nicht der Turm? Ja, der Turm hat ihn ja auch angegriffen. Wieso, ja? Ja, ich hab aber immer tausend Schaden gekriegt. Fünf Millionen... Oh, ich hab da beim anderen auch ein Assist bekommen, sehe ich jetzt gerade. Okay. So, jetzt. Weiß ja nicht. Oh, das wird nix. Ja. Kann er ihn leicht warnen. Oh, ich hab bei dem drauf, kann ich mir ja eigentlich... Vielleicht müssen wir... ... und holen. So. Ja, was will er denn? Fünf und zwei. Den Dragon, oder was? Ich geh da mal hin. Wie alt. Werde ich mitk toujours? Nee. Nicht, dass sie uns dann hier gleich auch schon unten überraschen, weißt du. Ya, aber ich promote den alten Komscharen. Ja, wir kriegen die auch so locker wir alles.... Bleib dann unten. Schau, dass die da nicht ins Wasser kommen. So, ein bisschen Gold für uns alle Los, 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 los Naubab Und jetzt auf den Mord, ich hau ab Scheiße, Mann Kackspiel Was hat denn den meisten Schaden gemacht? Morde, magischer Schaden Wir brauchen Anti-Magie-Resistenz Was ist das denn? Also keine Rüstung Rüstung nicht, sondern... Aber ich will in den Turm unten Ja ja Ne doch nicht, aber fast doch, wir verlieren ihn Ich hab jetzt keine Ahnung, wie ich das Video gekauft habe, ist mir egal Bum 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 Auf Nein Ne, das war's Toll Toll, du feedest doch schon wieder Julian Ja Ich feede wie so'n verrückter Warwick feedet Der alte Drecks Was? Na bitte DRECKSACK Du schwein Was? Ist das ein ADDS-Ess hier oder was? Na bitte Mhhh Hahahaha So, jetzt Komm mal hier kurz Alles Alles Lass mal auf den hier Ja, da hab ich gesehen, ne? Ja Hör auf, lass probieren Ich kann ihn auch immer ein bisschen verspotten, dass er auf mich angre... äh... äh... Scheiße, was ist mitten drin Spannendes Voll im Weg Oh, Morde kann jederzeit von irgendwie von da oben kommen oder so Wir hätten uns mal eine magische Sicht holen sollen, irgendwie Ja Hätten wir machen sollen Hätte, hätte, Fahrradkette Er ist im Turm Ne Sagen wir das? Könnte sein, es könnte sein Das wär schon mal gut Goldvorteil und... Ja, ne, thanks Das passt mal auf, der kommt von da Wollen wir trotzdem? Vielleicht... Na ja, wir können auf unsere Versailles warten und dann... Ja Feuer Aber nicht auf Morde Ne, ne Da biebt er sich weg Die feige Ratte Das bringt aber nichts Komm mal nicht ran Hilfe! Ah, er läuft wieder her! Oh, weg Fuck Boah, Alter, oh nein, ich bin vergiftet oder sowas Aber... Ich geh kurz zurück Ich verschlack der Morde Ja, ja Der Morde, ihr Eiser Ich hör auch kurz ab Du hast gerade nicht ab... Achso Ja, ich weiß auch nicht, irgendwie wurde das abgebrochen Ich bin mir auch voll verkauft Komm da rein und töte uns beide Gibt's nicht, wo war denn das andere hier? Die ist mit viel Magieresistenz, gibt's das gar nicht mehr? Ähm, bum 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 Schutzengel hab ich hier, aber da war doch noch was anderes Ach, mit dem anderen, aber... Ach, warte mal... Abwehr Magieresistenz... Ach, das Ding war das scheiße, mit dem hab ich das falsche Item gekauft Na gut Dann muss erstmal der andere dran glauben hier gleich Richtig läuft noch nicht so... Richtig irgendwie... Mh, nee Ich hab mir auch verkauft Weil ich auf die vorgeschlagenen Alpsaison geguckt hab Und da ist nichts wirklich super gegen Magieresistenz Sondern nur... So, ja, so... War mit dabei, aber nicht Verstehst du? Ja Also ich versteh's nicht, hehehe Sollen wir damit in die Mitte kommen, oder was? Geh mal kurz hin, ja Oh, da geht's auch ordentlich ab Oh ja, da ist ja... Oh, da ist ja wohl die Hölle los Das ist... Ich hab grad auf Lollianisch gesprochen Ja, wo sieht's aus, ja Alter Kriegs... Alter Kriegs... Alter Kriegs, was? Kriegs Held? Kriegs Held, ja Aber jetzt sehen sie auch, dass wir alle hier sind Das ist mal auch kein Sinn Ah, mich sehen sie nicht Ach, da ist aber die Hölle los Nein, wir kriegen nicht da... Scheiße Fuck Die Hölle los 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 Na... Abfall... Gar nicht so scheiße, oder? Er war ganz... Ich hab glaub ich auch hanked Ja, hab ich sogar Er war auch hanked Er war auch hanked Ich bin so cool... Kann ich mir endlich das leisten... Ja, ich kann jetzt auch den... Kann ich nicht, scheiße, 1200 brauche ich... Oh no! Oh! What a pity! Nein, stopp, halt, stopp! Uah, das hat mir Aber bevor ich jetzt auf die 1200 Gold warte, gehe ich lieber weg hier rein Denn hier könnte gleich wieder etwas besuch kommen, fürchte ich Oder hoffe ich Die Gold brauche ich denn jetzt für das... Hundert... Tausend Hunderttausend Gold Hundert... Millionen Was ist da oben los? Jetzt gehen aber nicht alle hoch, oder was? Das ist doch Quatsch Ne, weil er... weil er schwach ist Jaja, weil jetzt nicht alle hoch, oder was? Ich bleb daheim Ich hab jetzt die ganze Zeit in der Basis und verteidige In der Basis, ja Der Basis vom Gegner Ah, und was verteidigst du da? Man weiß es nicht Mein Erik Oh, der... oh nein, der... TNT-Mann Wie pink man denn nochmal? Das hatte ich auch mal irgendwie... Auf der Karte, ja? Kannst du mich fallen, oder... Nein! Fuck! Boah, was ist da los? Eine Sekunde zu spät, Emma, ey... Das... Klübelt mich an Oh, da wollte er... Da wollte er greifen! Hat er aber nicht... Bin ich, ach da So, von mir aus können wir loslegen, ne? Hä? Das Fass... Hat mich erwischt Goy Wollt ihr nicht loslegen hier? Ne doch nicht... Weg, weg, weg! Fuck! Diese Schweine... Hat mich voll weggeboxt Ohhhh... Scheiße... Diese Schweine... Der Mordekaiser ist der einzige, der hier gut ist Ich komme mir jedenfalls zuvor Ah... Der hat mich schon... Ah, das ist ein Drecksack einfach Dieses Drecksack Das ist... Das ist... Das ist auch was... Heiße... Gibt mir was mit... Magieresistenz... Und... Leben Obwohl der... Drager hat auch noch ordentlich Schaden gemacht Magisch... Die machen alle magischen Schaden Ich war unbedingt Anti-Magie Ich muss mal gucken, wie teuer ist denn das? Ja, richtig Abwehren... Magieresistenz... Oder wie heißt das? Ne, Quatsch Eben den eben nicht Naturgewalt, ne? Ja, Naturgewalt, ich werde noch andere nehmen Weil ich ein bisschen Leben brauche auch Ich werde den Schleier des Todes wählen Aber leider habe ich jetzt erst mal was ausgekauft Da habe ich meinen aber Schutzengel, dass ich wiederbelebt werde Das ist nicht so schlecht Mal nach oben gehen Oben? Ja, da waren eben noch zwei, weil die sind da nicht mehr Weil sie sind wahrscheinlich da im Busch oder was Hm... Die kommen nicht mehr aus ihrem Loch raus Was? Äh... Oh, der Penner kann sich einfach weg... äh... ...machen Das bringt auch nix hier, Scheiße Scheiße! Das hilft nicht! Hälfe! Wie war das G, ne? Oh nein, hau da ab, hau da ab Fuuuuck Fuuuck Ja, ich wollte ihm helfen Das hilft dir auch Ich höre da ein bisschen was aus Siehste? Wollen wir loslegen? Ah ja, halt ab Ja, aber ist auch halbt tot da Ich weiß nicht, ob die noch da sind Ja, die sind hier jetzt Ich gehe jetzt natürlich jetzt ab Ich gehe die Party ab Morde Ja Verbündeter wurde getötet Du wolltest ihn tot Ja! Uh, sehr gut Das war gut Oh, ich weiß nicht was ich getan habe Außer alles eingesetzt Aber es hat geklappt, du hast ihn verlangsamt Ja, ja, genau Das war das... das war lieb Ja, das war auch mein Plan, ne? Ich wollte ihn verlangsamen, damit du da zu schlagen kannst Äh, 47 Oh Gott, jetzt ist gleich der Turm an Scheiße! Ach, bist du auch abgehauen? Ja, ich war fast tot Ja, scheiße Aber egal, die war sagen, ob ich tot ist Er muss weg Wenigstens den Turm haben wir nicht Jetzt habe ich endlich schon mal ein bisschen Magieresistenz, 48 Ist das viel? Ich weiß es nicht Richtig Dann muss ich hier kurz helfen Wo hilfst du denn? Weiß es noch nicht Weiß es noch nicht Weiß es noch nicht Ist der Vogel schon Level 16 bei uns? Sieh ich das richtig? Mhm Kranker Scheiß Ach, der war in der Mitte, ne? Ob der war eingetötet? Haha Ah, Twitch, du brauchst mehr Kills Dann gehst du auch nicht ab Sechs Kills schon Das ist eigentlich so schlecht Das ist schon, äh Das läuft langsam Oh, jetzt macht der eigentlich seinen scheiß Pfeil, ey Ach, sah man den auch schon immer auf der Karte? Den Pfeil? Richtig Ne, ich glaube nicht So ey, interessant aussieht Ja, Mann! Hier geht's ab Aber gut Ja, jetzt können wir den nächsten Turm auch kaputt machen Oh nein, das macht... Das ist natürlich riskant hier, aber den... Oh boy Locker 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 vom Hocker Gute, äh... Gute Einsatz hier Glaube ich Oh mal, der Fassmann kommt Der Fassmann kommt, er kommt Der Fassmann Ja Der Buchfassmann Der fasst uns alle, Mann Oha, und der... Jetzt sollten wir aber langsam, äh, den Rückzug einläuten Bisher wieder alle zusammen sind Euer Team hat einen Turm zu sehen Ah, sehr guter Turm Das läuft doch Ich bin tot Ich bin tot Das läuft doch Oh, ich bin tot Schade Das hat doch Was ist da los? Oh nein, da stimmt noch einer Das ist doch blöd Was macht ihr denn? Ja Er stimmt auch noch Oh, scheiße Läuft das wieder nicht Sag ich mal So Wo geh jetzt hin? Wo schütze ich jetzt? Gehen wir nach oben, da sind keine Fassmann mehr Magischer Schaden Die machen alle magischen Schaden fast Ja Oder nicht sogar alle, ich weiß nicht Auf jeden Fall brauchen wir Anti-Magie-Resistenz Es ist es Ich glaube, dauert das eigentlich noch, bis ich wieder da bin Die langen Wartezeiten Mann, 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 Mann Lauf doch weiter, Ramsus Oh, 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 oh Geht er weg, Robic, geht er weg Aua ab Oh nein, er haut nicht ab Was macht der? Na gut, sonst werden sie von oben gekommen, ne? Na ja Bis überhaupt, macht er Wo bin ich? Na gut, angreifen, falls ich auch nicht Wir sind zu zweit nur, oder? Na, dann sollten wir nicht angreifen Na, dann sollten wir nicht angreifen Wo wollen die denn hin? Hehehe Da ist ja nur stehen Oh nein, Warwick Den Warwick am Griffel Scheiße Oh, weg 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 weg, Rian Was? Was? Was ist da los? Geht tot? Wieder auftreten? Ja Zack, und tot Ich wollte irgendwie helfen, aber es war unmöglich zu helfen Ganz offensichtlich Ganz offensichtlich Oh Gott Ein Verbündeter wurde getötet Was hat Ash denn immer da mit ihrem Lag? Ich bin auch nur schlecht, glaube ich Oh nein, das ist nicht gut, wie es jetzt läuft Nein, er kommt Ich bin unsichtbar Ich bin unsichtbar Ja, Winning Warwick und Ash sechsmal gestorben ist natürlich Kannst du mal nach oben gehen? Kommst du, äh, los kann Ich bin schon dabei Hallo, lauf doch mal Lauf, Twitch Vorsichtig Scheiße, Türme, 3 Die haben 3, wir haben 2 verloren Na gut, um Türme gehts noch Von den Kills auch noch nicht ganz verloren Oh, ja, pfff Aber Ash und Warwick, die sind irgendwie Nicht so auf der Höhe, ne? Ja Ja, die beiden beim Dragon, ne? Obwohl, das schaffen wir nicht, ne? Schaffen wir, was? Ja, beim Dragon waren halt 2 Die sind ja fast total aufgelandet Pass auf! Schaffen wir auch nicht, die beiden, ne? Hast du viel Energie, ich weiß es nicht Na gut, zu dritt schaffen wir das Es geht Wenn wir auf den einen hier gehen Schaffen wir das Aber jetzt kommen die anderen wahrscheinlich auch gleich Ich lass mal lieber Boah, guck mal, wie es die anderen auch Ich mach dir ein Pfeil, ey Mit seinem scheiß Pfeil, ey Wie kann man das so versauen? Das ist doch nicht schön Vor allem der ist echt wichtig eigentlich Also der kommt, wenn man die Kugel hier einsetzt Oh, da kommen sie, da kommen sie nicht weg Oder? Ich weiß nicht, warum? Oh, jetzt bin ich nicht völlig ausgemacht Oh nein Ah, ich bin dumm! Wieso bin ich auch Ich bin auch immer der Vollidiot, der direkt daneben steht und dann angreift Das er sofort zerfetzt wird einfach Voll vergessen Ich bin halt dumm von mir einfach Oh man, ey Was gibt ihm nö? Oh nein, ich sterbe ich Ich wollte ihn nur retten Der Rest wird nicht mehr Ich glaub, guck mal, der stimmt so oder so Jaja Boah, scheiße Ich hätte noch rauf gehen können, das ist vorbei Meinst du vorbei? Ja Ja, das haben wir eben schon gemerkt, wenn wir da Pass 5 gegen 5 waren Dumm und weggerannt Und hätten es wahrscheinlich eh nicht geschafft Weil die aber stärker sind Ja, unser Team ist nicht so Läufig Tja Oh, ich lebe wieder Oh, I'm living again Mann, wieso kann ich denn nicht erst mal einen töten? Oh Gott Ja, Mann! Ich hab mich da alles eingesetzt Mhhmm Mi gusta Sehr gut Lass mich runter! Oh Mann, ey Vielleicht gehen 1000 Leute wieder Und jetzt ist ja sowieso alles weg Weil der Turm alles kaputt gemacht hat Ja, lieber der Turm alles kaputt als der Turm kaputt Lass mich mal bei, ich hab diese Dings hier Den, äh... Blutwister Ja... Also noch mehr, komm doch Kommt doch alles jetzt Ja, dann geh ich da mal lang Dann geh ich da mal lang, lang, lang Lang, lang Lang, lang, lang Auf dann, kleine Radl Sind die Barbarunen, oder? Ja, die sind da bestimmt Ja, die sind da bestimmt Er sollte mal seinen Aufklärungspfeil dann schicken Ja, er ist dumm Guck mal, Ash macht das einfach nicht Er checkst nicht Oh, die... Die spielen das natürlich zum ersten Mal Die haben ihn nicht Wander nicht Sollen wir die jetzt machen, oder? Na gut, dann müssen wir natürlich Probieren, aber ich seh da keine Ja, jetzt sind wir tot Jetzt sind wir völlig im Arsch Wieso? Lauf doch weg! Oh, das wird nix Lächeln sie alle Oh, das wird doch nix, ey Und jetzt haben wir verloren Weil irgend so ein Vollidiot Jetzt sind Barbarunen Das ist so... Das war echt doof, oder? Ja, klar, aber das ist blöd Wer hat denn die Idee? Oh man, das war bestimmt Ash Na gut, sie stand da zumindest als erste Ich weiß nicht, ob sie ja die Idee war Stell mir jetzt alle, oder was? Ne Dieser Vogel soll einfach abhauen Der Wolf ist eh froh Der... Herr Wolf Ja, der Warwick JUP Nein, wir wollen doch nicht aufgeben Ist doch langweilig Na Im bitteren Ende Richtig Bis dass der Tod uns scheidet Push, ey Aber die machen auch normalen Schaden Hier, Schaden, normaler Schaden, normaler Schaden normaler Schaden Push hier nichts Werde ich doch nicht getötet Da kommt doch gleich der nächste Was soll das denn? Oh mein, Quatsch, Alter Bitte was? Ein Gegner wurde getackt, das hört sich gut an Ja, sicher Hättest du Gegner, oder? Ich nicht, aber ich hab dazu beigetragen Das ist gut Hilf mir doch, du scheiß Vogel Nein, ich sterbe Wurde auch nicht Q-Skill Ja, Mann! Lauf! Oh, geil, geil, geil Weg? Ja, aber der Vogel ist tot, weil er auch nicht wegrennt Wurde auch nicht wegrennt Ah, okay, ich hab jetzt eigentlich das Ding hier Ein Gegner wird zum Berserker Naja Ich hab mich im Rollen nicht, ne? Weiß ich nicht, vermutlich stirbst du vorher Der und einer Gehen wir mal da oben hier Zum Turm Erstens kann ich ihn ja verspotten Dann greift er, muss er mich angreifen Wird vom Turm angegriffen Und dann haben wir eine Frage, um ihn zu töten Das ist mein Ding Oh, endlich mal ein Pfeil, der gesessen hat Echt? Ja, ja Kriegt er den? Ja Kriegt er ihn trotzdem nicht? Natürlich Doch Hier, los Schatten wir Schatten wir Sehr gut Aber ob uns das noch retten wird, ich hab da so meine Bedenken Ich bin schon wieder fast tot hier Dammit! Was schon, mal gucken Das ist jetzt 19 bis 29 Und von den Turmen her sieht's jetzt Na ja, gut, okay Äh, nicht so gut, aber Auch nicht sooo schlecht, ne? Mal gucken Da ist noch weiter magieresistent Na, Rüstung hab ich eigentlich genug hier Ich hab hier im Spiel noch die meisten Kills Das ist schon mal gar nicht so schlecht Ich hab die meisten Assists Ich muss nachher bloß mal hinten irgendwo stehen Damit ich dann Ja, und ich muss mehr, ich muss mehr nach vorne gehen Ich hab immer den Fehler gemacht, dass ich dann irgendwo war Und dann direkt daneben war Und dann schon angegriffen hat Das ist natürlich Quatsch Ja Alter, der soll mal Englisch reden, ganz ehrlich German boys, bitte Er meinte uns Ich weiß nicht while go X Die hatten da schon? Nö, oder? Für mich auch noch nicht Ah, da kommen sie alle Ja, und ich glaub vor allem nicht Hat jemand das Auge? Kache mal nach Ich glaub nicht Oh, fuck das Light Kann er jetzt hier? Ja Können auch an die angreifen, oder? Weiß es nicht Richtig Du hast fast da mal exulieren lassen Oh, der Fug Lässt sie sich da reinziehen Oh, ich werde dir doch gleich wieder rausgezogen Ich hab er ständig Er sagt sie Was ist bitter, ne? Das ist auch kein Sack Ey, das macht auch kein Sack Nicht da rein Lass beim Turm bleiben Motu Wrig da Wrig, hallo Das wird auch nix, ey Nein, was machst du denn da? Ich gehe jetzt zum nächsten Turm, da ist zwar Aber Na aber die können ja locker tanken im Turm, da Twitch useless, halt was soll ich denn machen, wenn alle so behindert einfach Was soll ich denn machen? Ist einfach, äh, useless Twitch, du bist useless Also ob du hier bist oder in Hamburg Rausch Klo Ja guck, wenn ich angreife, ich sofort Ja, natürlich Teile Quatsch Das kann sicher nicht, aber wer hier zehnmal gestorben ist oder elfmal, äh Ich weiß nicht, ob man da nicht vielleicht die Schuld bei anderen suchen muss Leben Elfmal gestorben, ich meine zehnmal und elfmal Und der sagt zu mir, dass ich useless bin Ne, das war glaube, war das Ash? Ne, das war doch Das war Ash Ne, das war der Vogel, ja gut, der ist ja auch gar nicht so schlecht Aber Ach, wie schaffen wir das denn auch? Ach, wie schaffen wir das denn auch? Na komm Ja So schlecht aber Also jedenfalls überleben wir das oder? Ja, das glaube ich auch Wir sind da, hallo? Was ist? Das sollten wir ja mal tun, ja Ich habe ja auch keine Turme mehr, ne? Ja, aber das werden mich lange durchhalten, irgendwann ist auch der letzte Turm da oben kaputt und dann haben wir dreimal super Basalen und dann ist sie vorbei Ja, genau jetzt Jetzt kommt hier schon die neue Welle, das hält man nicht lange durch Ja, die machen jetzt Nash an, kommen sie wieder und machen uns wieder Ja Würde ich jetzt mal so sagen So wird's wohl kommen Ja, du musst das noch nehmen Irgendwann habe ich noch Final Level erreicht, Level 18 Das ist auch nochmal ein kleiner Erfolg für mich Ja Miehihihihi So, 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 so ist das Da kommen sie oben, oben, oben Äh, einer mein ich Einer Fertig Mach die Tür Da geht doch um mich Bartschwitsch Sehr gut Zu den nächsten da Rad Power Ups Woopsie Der Walls Er ist ja trotzdem gestorben Jupp Die rauschen gleich hier rein und töten den letzten Das wäre auch geil, wenn die letzten Türme sich dann nochmal regenerieren würden Also die allerletzten Ja, das wäre ich dann vorbei Ich weiß nicht, wie es sich so offen ist, keine Ahnung Das ist Oben kommt wieder einer Und Mitte, die kommen überall Okay, jetzt ist es vorbei Ähm, alle in die Mitte würde ich sagen Äh, zurück hier meine ich Ja, müssen die werden Einzelwerk knaschen Aber... Aber was macht Rorik denn da? Was soll das denn? Stimmt Soll ich die... Idioten, ey Angriff Ich weiß gar nicht mehr wo ich bin Achso, ich werde mich wiederbelebt hier Von meiner Wüstung Ein Wettbewerb ist nicht aufzuhalten Na komm, mach doch mal die Basis, ist kaputt Überleben wir den Angriff doch nochmal Kann doch nicht sein, oder? Doch, ja gut, die Vasallen machen vielleicht noch nicht ihren Job jetzt aber eigentlich Okay Jetzt, äh, die Basis gleich kaputt, wenn da nicht gleich einer hingeht Drei, zwei, eins, und tschüss Ach, schade, aber zum Schluss noch gar nicht so schlecht Boah War schon scheiße Ja, doch Ja, das war's noch mit einer kleinen Runde läuft, vielleicht kommt noch eine, mal gucken Ich guck nochmal kurz, welches Level Ash war Level 23? Ja, ich bin auch 25 Wovic war Level 30 Ja, das ist echt komisch Entweder vorher noch nie gespielt, oder? Noch nie gespielt Der kleine Bruder hat gespielt, weiß Ja, das kann sein Aber gut, wir sehen uns am nächsten Mal wieder, und Ciao Tschüss Bis auf Wiedersehen Bis zum nächsten Mal Schnell